ja juna ist sowieso so eine klasse für sich hier und nach eben dann ist er episch zwei tage ja nachmeister jetzt bin ich legendary jetzt höre ich auf zu spielen dann wird er noch auf mystisch was da zu lachen problem mit deutsch oder was das ist voll blöd man fascha und alpha beide ja ich will die langen weg sind ich habe schon wieder die gut so ging weiter aber so lernst du weißt du bist du der perfekte konter mit aller er geht mir im arsch wobei jemand anders kann die ich haunter viel spaß kannst du gar mit digi bei digi kontern komm schnapp sie dir digimon ja was hast du gesehen wo ich stand du hast wahrscheinlich wieder der jungle monster gemacht oder nein das war der vogel dicker der vogel war das weil man so oder so nach ende der zeit reingezogen wird wir haben das first blood das ist ja schon mal nicht ganz so scheiße sagt das nicht so viel aber wir sind damit wir es noch verkacken können auch einfach steckt gar nichts alter was los Was macht der Alpha da? Ja, geistlich. Ja, was geht der da auch rein? Da lässt die es im Gebüsch. Nein, mein Mana ist alle! Ich hätte sie gerade killen können und weil mir der Buff geklaut worden ist, hatte ich gerade kein Mana mehr. Ich habe das mit meinem Vogel, Mann. Ja, Digga, du gehst jetzt in den anderen Jungle, während ich hier den Buff mache. Ja, tschüss. Kein Bock, dass der gleich wieder verschwindet, weil der Piep mal zusammengeflohen kommt. Machst mal die Krabbe oben. Moment. Warte, 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 ich muss den hier kurz wegkacken. Kann ich noch mitspielen, oder? Oh, Digga! Hast du ihn bekommen? Ja. Wir sind gerade in der Runde auf jeden Fall. Ja, aber danach glaube ich schon... Das war gerade ein Nein, das war gerade ein Nein. Wir haben gerade ein Spieler am Start. Also wir sind Minute drei, also es kann ein bisschen dauern. Und wir haben gerade ein schlechtes Team und ein gutes gegen den Team, Mann. Ja, aber wir haben Fascher, das heißt... Wie das ist Minute 20? Achso, Schlepp zusätzlich, Mann. Ey, Fascher ist so fucking overpowered denn das jetzt, ne? Wie sieht es so aus? Ja, durch Luna überleben wir immer so unnötig nach 10 Minuten. Richtig nervig. Richtiger Abfuck, ey. Na echt, ey. Ich hab den auch. Ich hab den auch. Ich hab den auch. Juna hat den auch. Soll ich den auch noch holen, dass ihn jeder hat? Jaja, da können wir immer dann verpicken. Ich wette mit die Achi hat sich den auch schon gekauft. 100 Prozent. Warte, ich kann mal gucken. Und Master Lee, Master Lee hat sich schon ein Safe-Zone-Paket gekauft. Oh, lol. Äh, Juna, deine Leslie ist bei uns nur so, gell? Ja, ich tue Pusschen. Nee, Master Lee hat den noch nicht beruhigt. Ja, wenn Master Lee noch auf der Arbeit ist, aber der holt sich gar nicht. Ach, hier hat sich auch noch nicht geholt. Ach, hier hat sich auch noch nicht geholt. Ach, hier hat sich auch noch auf der Arbeit. Dazu, dazu Jungle. Dazu Jungle. Ich meine ja nur. Alter. Lass den Buffs sogar dir, wenn du keinen hast. Digga. Äh, die Ubi kommt einfach raus. Ich hab den Buffs gelassen, Alter. Digga, was ist das? Ich nehme deine Dienste. Such dir an einen. Im nächsten Mal hast du mich schneller. Was ist das? Hast du den wieder geklaut? Ich wollt ihn lassen. Bezahl drei Kriege ein. Harley kommt hoch. Alle sind grad oben. Das Beste wäre auch noch gewesen, dass wir das Sahnehäu gewesen wären, wenn ich dabei auch noch gestorben wäre. Äh, geh mal hier weg, Alter. Fünf Leute? Jetzt pusht aber mal eure Lades durch. Ja, also ich bin dabei. Wir haben doch schon die Tower. Nein, Nats, du musst noch farm. Ich auch, aber. Hey, ich hab schon die Tower hier weg. Ich hab hier schon die Tower weg. Ich bin raus aus dem Schneider. Ich auch. Ja, also, äh, wir werden dann bei... Er ist schon tot, ich bin dann jetzt dran. Ja, wenn ihr noch zwei Sekunden überlebt, dann... Zwei Sekunden ist ganz schwer hier. Oh, kacke. Ja, ich bin schon dabei die Tower weg. Mini steht mir jetzt auch gleich. Ach guck, die läuft doch. Wir haben dafür drei Tower geholt, das geht doch, ist ein guter Tower. Ey, Juna hinter dir? Ja, ja, ich seh schon. Ich fiel zu dazu. Klärt das schon irgendwie. Alles klar, komm her. Ich mach erst mal den hier. Und dann würdest du dich nicht nächstes Mal lieber dabei im Bus stellen, damit man dich nicht direkt sieht? Warum sieht man das sowieso? Ja, aber vielleicht bist du dann so ein bisschen getarrt, weißt du, wenn die schlechte Augen haben. Ja. Welche Minute? Minute sieben. Ja. Also noch so 30 Minuten, bis Juna dann stirbt und wir unseren Base Tower verlieren. Ich stehe 0-0. Ja, 0-0. Ist ja nicht so, dass wir erst einen Tower verloren haben und die schon fast alle. Aber okay, gut, dass du so ein Vertrauen in uns hast. Pusht mal um uns, Leute. Okay. Ah, gut. Sehr gut, Leila ist tot. Ja, siehste. Na, äh, ich mein letztes Mal. Hier und schon fällt der Tower. Ist ja nicht so. Zum Absturmen vorbeigekommen. Ja, was geht hier, Alter? Ich wär auch dabei. Hier ist Krieg. Krieg. Und, äh, habt ihr gestern noch, äh, gemacht oder hat's... Ja, wir haben gestern gut verloren. Ich renne nicht auf die Bot, nur so. Ich hab mir gestern noch schön in der Hose gemacht. Stirb! Stirb einfach! Pusht. Boah, alle klatschen ihre Tanne. Oh, Lessen ist hier. Wer geht auf die Bot? Also, ich kann's gern noch fünfmal sein, mit einem hinläuft. Achso, ja. Warum laufst du denn? Ja, eben. Ja, weil ich hier tank bin und ich soll beim Team bleiben. Ja, ich hab hier gerade Handy am Arsch, Alter. Der ist hier. Ey, Leute, das kann nicht wahr sein. Wir haben sich unmöglich gerade fast alle ins Vorort gemacht. Ja, guck mal, der Arm ist beendet. Wieso geht das jetzt keiner? Ich hab keiner gesagt, dass er auf die Bot soll. Warum gehst du denn nicht? Weil ich hier mit Kämpfen beschäftigt bin. Habt ihr's verloren, oder? Was? Habt ihr's verloren? Sagt der einfach so. Was für ein Typ, ey. Habt ihr's verloren? Minute acht habt ihr's verloren. Malte, wenn du's auf einmal nachfragst. So schlecht, so schlecht. Wie wir stehen. Okay, okay, okay. Okay, ich auf. Hey, Yuna, wie konntest du das Dickies Ding rausfliegen? Boah, ich weiß nicht. Weil ich krass bin. Ja, besser hat dann's weg, ey. Besser hat dann's weg. Du drückst ein Ulti und die sind einfach schon weg. Das ist so dumm. Das ist geil. Du sagst hier, Ruby kann er faschen, der komplett counter. Und warum macht die's nicht? Weil die dunkel ist. Ja, weil die's nicht kann. Was für diese Ruby konntest du nicht? Lass mal zwei, drei von denen. Ich hab das auf jeden Fall schon besser gemacht. Oh, mäßig. Das fühl ich mich gleich mal sicher. Ich flieg mal hoch. Da hoch. Ganz hoch. Feuer frei. Nein. Der konnte nicht mal seine Ulti rücken, der Ise. Oh. Naja, es muss Opfer im Krieg geben. Wo ist der Tank? Ja. Wo ist der Tank? Ja. Ich mach das. Oh, fuck. Oh, fuck. Die hat erstmal seine Kartenvolle Kanne daneben gehauen. Oh, das nippst du auch noch. Nipp. Ich leb noch. Ich dachte, du bist schon tot. Gut. Kjertwende. Kjertwende. Ich glaub grad so. Mage. Good. Very good. Ja, also. 1-0-3. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ohne schmeckt oder ernst. Ich weiß auch nicht so richtig, weißt du. Bei 0 Tonnen, aber bei solches. Äh. Ist so ein Ding. Ich versuch nur mal 2. Ja. 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 Wohin gehen wir, Juno? Ich weiß nicht. Ich bin da, wo die anderen sind. Geholfall. Mit sind grad 3 Stippen, so. JΩ. Alright, kommt auch wieder. Warte keine nulle. Wer ruht sich auf uns runter. H éin. Help me. Wir stehen. Hey, derぇ. N πεzna ned ... durch so komplett sehr gut dann nutze ich die zeit halt im gewinner spiel mal eben so kurz ja macht das ja natürlich ja du ich habe gewonnen nein verloren das war das war ein nice match das war so mega stumpf alter ich glaube so durch die mitte mach so ein minion nach den anderen ich merke nur kill, doppel kill, triple kill, einer stirbt nach dem anderen, ausnahmsweise nicht mal alle aus meinem team das ist weil ich zum schluss verdammtes hatte, die gegner haben geheilt